Ja, einen wunderschönen guten Hallo Freunde der leiten Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty 4 Modern Warfare in der Remastered Fassung. Ich hoffe euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. So, die letzte Mission war ja recht dressig. Ich hoffe diesmal wird es etwas angenehmer. Ja, ich musste gerade kurz zum Oben. Ich hatte da noch was drinne und meine Assistentin mit A hat mich gerade daran erinnert. Okay, jetzt sind wir sogar mit einem leichten Maschinengewehr unterwegs. Okay, cool, cool, cool. War was anderes. Okay. Nix mit leise und unauffällig. Okay, cool, cool. Dann heute mal ein bisschen anders hier. Ja. Alter Raketenwerfer, echt. Mal kurz durchholzen, mal gucken. Vielleicht treffe ich auch was. Alter. Immer die Leute, die mit Raketen werfen. Ich treffe hier null. Habe ich da eine Granate gehört? Oh ne, wird mich bestimmt getäuscht haben. Na. Wann schon, stirb endlich. Geht doch. Ah, ich lad mal nach. Was ist das? Was knistert da so? Na. Na. Meck, kannst du etwas sehen? Nicht viel Bewegung auf der Straße. Sie könnten nach Westen gehen. Na. Okay. Ja, Messer ist nicht so toll. Das fängt schon mal gar nicht so gut an. Wo ist ein Hubschrauber-Pack? Ach, da ist ein Hubschrauber-Pack. Äh, darf ich doch mal? Ah, danke. Ja. Verlass du jetzt auf? Was seid ihr? Ja, ich geh schon runter Au, ah, fuck doch Ist doch nicht euer Ernst Was für ne Taverne Die Taverne, alles klar Ähm Um 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 Und noch einer, oder? Da, ja Und bomb Eine Javelin Ja, ich zieh mich ja zurück zum Bauernhof Ey, komm Ja, ich geh ja schon zu den Kühnen in der Scheune Leckeres Glas Milch Das tut uns allen mal gut So, Scheune Scheune Wo ist die denn? Wo ist die denn? Mich verarschen? Noch in der Scheune Falsche Scheune oder was? Okay Panzer Wo sind hier Panzer? Ja Nummer 1 Nummer 2 Oh Krieg ich doch so nicht Dann Platz zum Feuern? Was? Oh, jetzt Na, und einer ist noch Geh doch, weg Oh, Kanate Nein Jetzt brauche ich erstmal wieder was anderes Ah, was war denn hier? G90 Na, ne Kriegen wir jetzt nicht so viel Sind das unsere Jungs? Äh, macht mal 7 Bravo 6 Hier griffen 2 7 Wir sind eben in den aserbaidschanischen Luftraum eingedrungen Ankunft in 4 Minuten Bereit machen zur Aufnahme Roger Wir kommen sofort Bravo 6 Die Landezone ist zu heiß Wir können da nicht landen Wiederhole Können nicht am Bauernhof landen Hier sind überall Raketenstellungen Wo werden die denn landen? Bravo 6 Wir empfangen viele feindliche Radarsignale Wir versuchen näher am Fuß des Hügels zu landen Um nicht erfasst zu werden Okay Ja Ja Alles klar, wohin? Oh, scheiße Bravo 6 Wir kommen ganz niedrig vom Süden über den Fluss rein Begebt euch Pronto zur Landezone Foxtrot am Fuß des Hügels Ende Zähl bestätigt Bereit für Luftschlag Verstarten 2 7 Eine Masse Landezone Tastik zu besetzen Kommt aus der Bewegung Was soll man an denen vorbeikommen? Du kannst mich doch verarschen Ne Gehen wir mal hier unten durch So Es sind hier nur 215 Meter Kommt hier? Wir sind gleich da Haben aber kaum noch Sprit Ihr habt vielleicht 3 Minuten Bis wir abstehen Mit oder ohne euch Jungs Das ist wieder so typisch Call of Duty, ne? Immer schön nachpumpen die Gegner Genau Was auch richtig viel Spaß macht Kommt hier mal Truppe? Ah Ist einer von uns? Scheiße Schon wieder kackelos Ah fuck Ah Zeitrohr Unendlich viele Gegner Ah Boah Find ja wohl Solltet ihr mal schneller nachrücken? Ah Mich hinten Kommt hier hinten Oh Der spinnt doch Nachladen Ihr habt 2 Minuten Over Verstanden Wir sind auf dem Weg Wir müssen durch ihre Linien brechen Um die Landenzuhr zu erreichen Den Hügel runter Na los Na los Den Hügel runter Roger Bereit für den Hügel Na Wow 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 Fuck doch die Henne Doch Ruhig bleib ruhig Ey Reg dich bloß nicht auf Über sowas Schon wieder hier Mann Ja Macht mir bloß keinen Stress Das gibt's doch nicht Ich sehe den Typen ja auch nicht Hinterpanzer Hinterpanzer kann sicher sein Jungs Kommt bitte Jetzt hänge ich da wieder fest Das Problem ist Die treffen dich immer Ich hab langsam keinen Bock Was ist da los Mann Als hätten die so viele Einheiten Ey So ungefähr Ich muss mich hier ein klein wenig konzentrieren Jungs Kommt ihr bitte mal Meine Güte Ihr sollt ja keinen Campingurlaub machen Ach das Gas Ups Ja ja Den Hügel runter Was hast du so leicht Habe ich doch erwischt 30 Sekunden bis zum Start Mann Eine Minute 100 Meter Was glaubst du was ich hier mache Ah da unten ist er Aber wie komm ich da hin So rum Hi Jungs ich komme Nicht ohne mich abheben Ja ja Lug scheiße Wo bleibt denn der Rest Ja da seht das mal Die brauchen ewig und drei Tage Um mal nachzurücken Ey Mann 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 Okay Wir sind alle an Bord Los Los Okay Wir sind raus hier Baseplate Hier griffen Bei sieben Wir haben sie Und kehren zurück Ende Wurde mir jetzt echt nochmal Deimer angezeigt Hallo Mach hin Oh Mann Da drauf erstmal Schluck Kaffee Oh ne Joint Operation Wir haben den verdammten Bastard Aber er ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich Tut mir leid Kuppel Imran Sakhaev ja Der Mann ist ein Gespenst Er soll untergetaucht sein Und trotzdem finden wir ihn Ich bin ganz hoch Ganz der Papa Sakhaevs Sohn Commander der Ultranationalisten im Kampf Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm Der Loyalist Kamarov weiß wo sich der Junge aufhält Und der Kleine weiß wie wir Sakhaev finden Die Sünden unserer Väter Ist das nicht scheiße? Ein Wunder dass der noch lebt Wenn der mit Jogginganzug da rumrennt Das ist der beste Weg rein Der Fahrzeugkontrollpunkt ist direkt vor uns Nichts Weltkamarov Das könnte klappen Vulture 1 6 Wir sind in Position Bravo 6 Vulture 1 6 hier Störsender aktiv Angriffserlaubnis auf die Wachstation erteilt Ende Welcher Müllcontainer? Ich sehe keinen Müllcontainer Da ist Wird sie mich verarschen? Okay Achso Toll Kackeiern Ich klette auf den Müllcontainer Achladen schon wieder Super Super Unauffällig ist nicht mehr Na Guess Du bist auch so ein Held Oh Kam das denn schon wieder her? Ja klar Noch weniger Munition Gehen ja kaum noch Jetzt wird es mich doch verarschen Ich habe mir eine andere Knifte Na Hör auf Ey Sama So Wachen sind tot Nein Nicht bei mir explodieren Sag mal Guck ein paar Arschdochen an Oh Ich beiß gleich in meine Tastatur heute So Klettern wir uns in den Müllcontainer Und sind wir sich bereit Die Wachen im Turm auf Einzeichen auszuschalten Der Rest folgt mir Los 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 Feuer Das könnte ich da nicht durch das Holz durchballern Echt jetzt Gib mir mal ne ordentliche Waffe Hallo Was ist denn Da So Ja Rennt mir doch immer schön in die Schusslinie So Macht das Sinn Na komm wir hoch Na komm wir hoch Na und ich Der Druck hätte die eigentlich schon da legen müssen Ja wobei Fenster sind eh alle schon raus Gebiet gesichert Ah Oh Das nehm ich Alles klar Sehen wir uns mal um Zieht die feindlichen Klamotten an Und löscht die Feuer Kamarov Ich brauche ihre Männer am Boden Falls die Fahrer anfangen Fragen zu stellen Beschäftigen sie sie Bis wir Sakajews Sohn gefunden haben Wir haben nicht viel Zeit Also los Na toll Jetzt müssen wir die Uniform von irgendwelchen Toten anziehen Na toll Das wird witzig Zwei Stunden ins Bett Mann du siehst echt albern aus in dem Outfit Gut dass du hier oben bist Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe Hehe Ja Bravo 6 Hier Watcher 1 6 Verfolgen einen feindlichen Konvoi Der auf euch zukommt Ich zähle sechs Fahrzeuge Over Verstanden Niemand schießt Bevor ich den Befehl anzugebe Ich habe das Ziel im dritten Wagen im Visier Ich laufe gerade daran vorbei Verstanden Verstanden Alle Teams bereit Das Ziel ist im Jeep vor dem DMP Wir müssen ihn lieben kriegen Also Vorsicht beim Feuer Was? 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 So geil Wichtig jetzt Oh Oh Warum festhalten wenn der Turm kippt Hm Das tut Aua Ei 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 Oh Aber ich darf ihn doch ins Bein schießen Oh komm 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 schon Seife Stop Ne 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 Wo ist er denn? Wo ist er denn? Komm schon Schweinchen Wow der Hund auch Hunter Junge Okay Das Ziel bewegt sich Nach Norden Zu den Außenbezirken der Stadt Na das wird ja ein Spaß Du Der Typ ist scheiß schnell Der darf nicht entkommen Ja klar Der hat die neuen Grundschuhe von Nike Vorsichtig Feuer Wir brauchen den Kerl lebend Boom Das Ziel bewegt sich wieder Für die Seitenstraße links Könnt ihr ihn vielleicht abfangen Komm Ah Tut mir leid Junge Alles klar Linksstraße Wow Wow Hey Kumpels Granate Könnt ihr behalten Jetzt nicht mehr Oh scheiße Es bringt schon Feindliche Einheit Erster Stock rechts Oh Oh Mann Granate Komm hier Kannst du behalten Das hat nicht geklappt Was Sag mal Wir werden da von hinten Beballert Ist euch Ist klar Ist angekommen Mehr Aktivität auf den Dächern Verstanden Vielleicht nicht mehr Gute Scheiße Feindliche Einheit Erster Stock rechts Jawohl Du hast ihn Hey Das war enger Hab mich schon Gerade wieder Verrecken sehen Hinten rum Ist nicht Beeilung 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 Das Ziel entkommt Einer ist hinter der ungekippten Mülltonne Feind bei der Mülltonne Verstanden Na da gehört auch hin Feinde näher in sich Verbündete auf der linken Seite Wow Nein Nein Kommt ihr? Ja Ihr kommt Kommt Nein Das wirkt nur so Fünfstöckige Gebäude Walsher 1 6 Wir stehen unter Beschuss Durch eine befestigte Position Im vierten Stock Verstanden Das Erdgeschoss ist sicher Bereithalten Na wenigstens mal was Bestätigt Ziel beim Betreten Eines fünfstöckigen Gebäudes Gesichtet Fünf Stock Das hat nur vier Wow Alter Bewegt sich im nordöstlichen Teil des Gebäudes Das ist der erste Stock Fuck Nicht ganz optimal Ne Geh du mal Auf dem Klo ist sicher Okay Dann nimm mir das Treppenhaus Wow Okay Gut 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 Alles klar Wenn er mir gehört Dann hole ich mir auch Was Sei doch wohl schnell Was getötet? Ich hab den ins Bein geschossen Ist der aufs Zucker oder was? Das waren zwei, drei Kugeln Ja Höhe Knie Nie Schienbein Echt? Der Kleine hat ein paar Probleme Baseplate Hier Bravo 6 Sakajews Sohn ist tot Wir kommen nach Hause Jetzt hat er keine Probleme mehr Ach scheiße Sein Sohn war unsere einzige Spur Siehst du ins Bein schießen? Das hätte geklappt Ich kenne der Mann, er wird es nicht unterantwortet lassen Verschwinden wir Ja Freunde An dieser Stelle beende ich die Folge Und wenn es euch gefallen hat Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne ein Like Oder ein Abo Schreibt einen Kommentar Das hilft mir sehr Aber Hauptsache ihr schaut das Video Bis zum nächsten Mal Euer Scotty Ciao Ciao Ziemlich einfach. Entweder wir nehmen die Einrichtung ein oder die Welt von morgen ist eine andere. Freigabe für Halo. Charity Team los. Zweiter Abspruch. Bravo Team bereit machen. Los.